willkommen zum tagebuch vom fünften september und es war ein ja was war's denn ein dienstag und das habe ich gestern gemacht ich war mit meinen freunden draußen essen mit meinen ehemaligen klassenkollegen sprich karl und david und dann kam noch jahre und kurt und die mit uns auch mit gegessen es war ein schöner schöner abend ja und sonst habe ich nichts gemacht war wieder zocken hat noch quiz taxi geschaut ich habe einfach nichts gemacht ja das war ein kurzes tagebuch ich überlege gerade noch ist wirklich gar nichts passiert von den news her war erdogan wieder mal bei putin sowie um den getreide deal zu verhandeln aber bisher gab es da noch keine ergebnisse sonst was haben wir geredet viele sachen haben wir geredet dave also david studiert jetzt in mit computerwissenschaften an der uni st gallen ja ich war müde hatte nicht kopfschweizen sondern einfach ja wie sagt man einfach so schweren kopf und ja ich glaube man merkt heute habe ich ihn auch wo ich das tagebuch aufnehme deshalb sechs ja sechs und zehn punkten würde ich geben für den fünften september tagebuch